Liebe Fußballfans, liebe Unterstützer der Jose Carreras Leukämie Stiftung. Ich darf jetzt seit fünf Jahren sehen, mit welcher Freude und Dankbarkeit das gemeinsame von der Jose Carreras Leukämie Stiftung und meiner Stiftung veranstaltete Sommercamp angenommen wird. Die jungen Teilnehmer haben eine schwierige Zeit hinter sich und können im Camp für eine Woche abschalten, Spaß haben und neuen Lebensmut fassen. Die einzelnen Schicksale zeigen mir immer wieder, wie herausfordernd die Mission ist, die Jose Carreras angenommen hat. Unterstützen Sie ihn im Kampf gegen Leukämie. Heute reicht dafür schon der Kauf eines Luftballons. Ich für dich. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß beim Spiel heute und natürlich Daumen drücken.